Jungs, was los? Was macht ihr? Ja, wir haben uns verlaufen. Ja? Ja. Yo Leute, was geht ab? Ich bin mit einem Marcel hier an der Uni. Was geht? Wir drehen heute die 24 Stunden Challenge, wie ihr im Titel schon gelesen habt. Da ist jetzt noch ein bisschen Bücherei, ich will die Leute jetzt auch nicht belästigen lernen. Wir haben jetzt gerade 7 Uhr, sind extra hier an die Uni gefahren. Und haben jetzt vor, halt mal gucken, bis morgen früh uns hier irgendwo einzukwartieren. Damit uns auch, ja, keiner findet. Aber ich habe Bedenken, dass die Security uns später rausschmeißt. Aber wir werden jetzt mal reingehen und uns irgendein Versteck suchen. Und ich glaube, ich habe schon ein Versteck. Wir hocken uns am besten vor den Haupteingang, da wo keiner reinkommt. Das ist die beste Idee. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Klo. Da ist auch schon die Toilette. Wir gehen jetzt mal rein. Können da solche jetzt gerade mal nicht filmen, falls da welche auf dem Klo sind. Ich schwöre schnell, wir müssen rein, ne? Ja, Digga, hier stinkts zwar. Aber wir müssen uns hier einsperren. Los, mach mal zu. So Leute, jetzt haben wir uns hier mal richtig safe. Kommt ein bisschen weh hier rüber, soll's aber gar nicht. Ein bisschen safe hier eingeschlossen. Wir warten jetzt einfach mal ein paar Stunden und gehen dann noch mal raus. So Leute, ein, was alles eingeschlafen will, wecken ihn jetzt mal. Digga, wir sind seit fünf Stunden, ungefähr fünf Stunden als hier drin. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Uhr nachts oder so. Und wir werden uns jetzt mal rausbegeben. Ja, komm mal auf, wir gehen jetzt raus. Nach wie vor keiner hier. Hier seht ihr uns noch mal? Alter, meine Haare sind voll scheiße aus. Was ist los? Hä, Leute, meine Haare sind voll im Arsch. Schlimmustel. Ha, ha, ha. Egal, heute mal eine ungewohnte Cap hier. Aber meine andere ist ein bisschen... Gefickt. Ja. Hier Leute, auf der Seite immer... Nice. Und dann immer... Oh, Alkohol. Oh, Junge. Nehm noch einen Zug durch die Nase, Spaß. Hallo, ist doch gut. Komm, raus jetzt, raus jetzt. Ja, genau, mach die Leistung. So, Leute, wir haben jetzt irgendwie nachts um halb vier. Und gucken jetzt mal, dass wir immer ein bisschen rumlaufen und chillen. Was ist ja auch schon da vorne? Psch, 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 psch. Ja, was? Okay, die geht schon mal weg. So, Leute. Wir begeben uns jetzt zu diesen Automaten. Psch, 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 psch. Ich hätte gesagt, wir begeben uns jetzt mal ein bisschen hier durch die Gegend. Guck mal. Nur schreien, Leute. Nur schreien, Leute. Läuft bei dir. Wir gucken jetzt mal ein bisschen rum. In der Hoffnung, dass uns keiner sieht, ne? Und ich hätte gesagt, bis gleich. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimmen gehört habt. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimmen gehört habt. Schnell, schnell, schnell. So Leute, die Stimmen sind alle ganz fleißig, schon morgens um ungefähr halb 3 Stunden in der Uni zu sein. Tja, was ist denn scheiß so? Digga, wie geht denn wirklich denn morgens um halb 3 lernen? Morgens um halb 3, Mann. Da oben sitzt jemand. So Leute, er ist wieder eingeschlafen. Digga, was ist los mit dir? Wach mal auf, ey. Halb 4, Mann. Ich stehe das gerade auch nur mit energy durch, ne? Der hat uns zum Glück nicht gesehen. Und wir gehen jetzt mal langsam raus. So Leute, wir gehen jetzt mal raus, schnell. Digga, du musst drücken. So, super. Ey, hoffentlich ist die Tür jetzt offen, ne? Ich schwör. Zieh, du musst, ja, ziehen. Geh dich. Digga, du ziehst doch. Ja. Digga, der zieht. Warum geht das denn nicht? Ey, warte, warte, warte mal. Komischerweise, bei drücken geht die auf, ne? Aber bei ziehen geht die nicht auf. Ja, scheiße, ja, eingangs zu. Dann musst du wohl einen anderen nehmen. Ne, warte mal, warte mal. Hier musst du wieder drücken. Hey, Digga, hier. Zieh nochmal. Oh, zum Glück ist die noch auf mich. Alter, da wäre jetzt eine Zeitschaltung drin. Die geht nicht mehr an und auf. Das ist so gut. Wir haben einen Kacken und wir gehen hier mit Kamera allein. Ich glaube, der Mann, der vorhin hier vorbeigelaufen ist, ne? So, hier mal zumachen, bevor jemand reinkommt. So, Leute. Wir haben jetzt irgendwie auf meiner nicht vorhandenen Uhr, die ihr hier sehen könnt, ich habe gerade keine Ahnung, haben wir jetzt irgendwie, ich glaube, irgendwas mit Hand 4. Wir gucken jetzt, dass wir gleich auch mal einen Ausgang nehmen. Wir sehen uns gleich wieder. Pssst. Oh, fuck, Leute, ich habe die Spülung gedrückt. Jetzt ist es so gut, dass wir rauskommen, weil ich jetzt schon was gehört. Digga, du bist ja auch noch da. Wie lange bist du denn schon hier? Okay, lange. Mal gucken, woher jetzt am Schiff. Ich mache deine Säure. Ich schwöre, ne? Spreng den Daumen nach oben, Digga. Wenn das kein gutes Video ist. Pff. Es war in diesem Moment, wo Jackson wusste, er f***. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg in den anderen Abteilen. Wir müssen ruhig sein, ne? F***ing Security, Mann. Jungs, was ist los? Was macht ihr? Ja, wir haben uns verlaufen. Ja? Ja. Ja, ist zu. Sorry. Also, um die Uhrzeit geht es mehr. Ja, Ausgang ist dahinter. Okay, danke. Amalzeit, Abgang machen wir. Um die Uhrzeit geht gar nichts mehr. Ja, klar. Okay, scheiße. Ja, danke, dass Sie uns den Ausgang gezeigt haben, ne? Hier ist der Ausgang. Und die Uhrzeit, wenn ich euch nicht mal nochmal hier sehe, okay? Okay. Wissen wir Bescheid. Ciao. Ciao. Scheiße, Leute. F***, Digga, Mann. Wir wurden eiskalt erwischt, Mann. Was ist das? Alter. F***. F***, Mann. Ich schwöre nicht, dass wir Uni-Verbot kriegen, ne? Scheiße, Digga. Ich will mir doch noch immer mal Kakao holen. Oh mein Scheiß, ne? Oha, ich glaube. So, Leute, an alle, die es nicht gecheckt haben, das war alles nur ne Fake, 24 Stunden quellen, stehen auch noch die korrekten Jungs, die jetzt mitgespielt haben. Zu denen gehen wir jetzt gerade mal rein. Tschüss sagen. Jo. Ich hab's gut gemacht, richtig ernst. Ja, was? Ja. Kannst du das zeigen, oder denkst du das nicht? Ja, geht nicht, aber wenn ihr in YouTube MyFly eingibt, so in ein, zwei Tagen ist das online. MyFly? Ja. MyFly. Wie ihr das seht, ihr habt echt korrekt mitgemacht. Bitte lasst einen Kommentar da, wenn ihr jetzt Bock habt oder so. Oder vielleicht habt ihr mich auch gerade schon abonniert, keine Ahnung. Und Daumen nach oben drücken, wie immer. Das wäre natürlich nice. Und wenn ihr mehr Videos mit mir sehen wollt, lasst doch einfach auch den... Genau, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ja. Jungs, ihr wart voll korrekt, ne? Danke für die Hilfe. Falls ihr das seht, auf jeden Fall, ihr wart richtig korrekt. Ist ein bisschen dunkel. Ja, ein bisschen viel. Und hier kommt ihr jetzt nochmal zu den letzten beiden Videos. Und da könnt ihr nochmal abonnieren. Und hier zu der Flaschenrind, Herr Lusch. Genau. Ja, okay, ich kann keine drei Dinger leider verlinken. Ja, dann macht da noch ein paar eins. Ja, Leute, ihr könnt jetzt hier irgendwo im Bild nochmal was sehen. Oder gleich am Ende, wenn da danke fürs Zuschauen steht. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.